Hola und willkommen zu einem kleinen, spontanen weiteren Fortnite-Video. Ich möchte nur mal kurz erwähnen, es gibt immer noch das Gewinnspiel auf meinem Kanal. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt so einen kleinen Adventskalender, wo ich einfach jeden Tag ein Video hochlade und in den Videos sind einzelne Buchstaben versteckt. Wenn ihr alle 24 gefunden habt, dann schreibt mir gerne mal den Lösungssatz, dafür halt wirklich die Buchstaben einfach aneinander rein, auf Discord. Als Privatnachricht, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dann seid ihr in der Verlosung mit drin für zweimal eine 10€ PSN-Karte. In diesem Sinne, wer jetzt neu dazukommt im Gewinnspiel, viel Erfolg und dann die anderen weitermachen. Ich habe schon gesehen, ein paar sind ganz gut dabei und dann viel Spaß jetzt mit dem Video. Ich habe ja eine Challenge für euch. Ich habe ja eine Challenge für euch. Die Challenge kam mir ganz spontan, gestern Abend auf Toilette. Lasst doch einfach mal jede Runde zu dem Ort gehen, wo der Bus als erstes drüber fliegt, egal welcher Ort. Also, ich gehe Hundehütte, Freunde. Ja, aber Green und Blue. 25, ich dachte mal 50. Digga, was ist denn mit dem da vorne? Hat ein Sniped, hat noch ein Sniped. Digga, dass ich den nicht bekommen habe mit zwei Snipeds. Ich habe jetzt den Biggie geracedet, deswegen aber scheiß drauf. Ich hatte auch zwei gedauert, ich habe keinen Aumodieren, der wird disconnected. Ja, hier ist einer gekommen. War da hinten. Ah, da hinten, ja. Ach so, das ist Gegner. Digga, das sind alles Bots. Hier waren aber schon welche. Ich dachte immer... Ah, Gegner bei mir. Ich muss sagen, geballert. Ah! Max. Ich habe nichts gebrochen, ich bin so schnell. Ah, ich habe mit der Sniped. Ja, wie gesagt, das hängt mit so einem Contolevel zusammen. Irgendwie wenn du... Wenn du das Level seid, die dann alle? Unterlevel 2000. Digga, scheiß drauf. Ich bin knapp Level 3000 auf Contolevel. Oh, dann brauchen wir ja andere Musik. Gehen wir auf den Berg. Digga, der war doch voll drauf. Ich gehe hoch. Ich bin gerade bei Kämpfen. Okay, langsam sind die Waffen echt rein. Nein, hab ich. Ja, hier oben ist keiner. Du hast die Waffe, ich habe es rein. Ich habe es rein. Ja, ich sehe sie laufen. So, warte, Max, wir kommen. Oh, ich komme mal ein bisschen dazu looten. Ich glaube, wir müssen ausrufen. Zwei Hits. Drei Hits. Hä? Vier Hits, fünf Hits, sechs Hits, sieben Hits. Digga, was ist das? 63. Mann, was ist das? Sind alles Bots? Hm. Scheine ist unten. Perfekt. Ich würde sagen, ich mag scouten. Die Zone. Ach, ist ne. Mann, Alter, was ist denn das für eine Bildungbunde? Ich habe halt alles. Ja, alles nur Fake-Ware, die herumliegt. Wie fliegt ihr, Mann? Ey, Sascha, deine Lebenswaffe, deine Scope-Eier. Nochmal 31. Ey, hier liegt noch eine blaue Hitsch. Ja, ne, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Oh, jetzt bin ich wieder da. Vor mir, Schüsse. Aber noch weit weg. Ja, oder Sascha, dann ist er zugleich die Munition mitnehmen. Oh ja, ich würde hier vorne aufs Haus gehen, aufs Große. Ja, ich komme mit. Habt auch keine Sniper, ich komme trotzdem mit. Hab auch keine Sniper. Oder ich gucke mal hier vom Baum aus. Ja, hier fighten auf jeden Fall zwei Teams genau vor uns. Ich gucke, ob ich jemanden snipen kann. Wollen wir hier vor auf den Stein? Ja, da vorne läuft jemand, da vorne, äh, bei der Brücke. Das ist ein richtiger Gick, da vorne eine Sniper-Brücke für dich. Ja, chill, chill, chill. Okay. Hier unten auf der Straße. Chill. Oh, Leute, wenn ich schlecht bin, ich kacke, Digga. Und ich wurde gesnipet. Ach, Mann, ich bin so schlecht. Ich bin nicht eingespielt. Ja, dann bleib ich mal lieber hier unten. Weil ich hab gar keinen Plan, Mutti-Zone. Da, da. Äh, ich würde links lang laufen, auf den Berg. Die sehen uns eh nicht. Da können wir ganz entspannt nochmal die Zone hier umproven. Aus, noch, noch. Wer sagt, Herr Bu? Hier. Da vorne. Na. Ach, schlecht gesnipet, um Gottes Willen, ey. Komplett verzogen. Oh, mein Gott. Ich auch. Und so gut, dass... Ich würde weiter links laufen. Ich würde weiter links rum. Ja, ich komme mit. Ja, das wird ein übelster Schwitzer-Fight. Ich darfst halt einfach nicht gesnipet werden. Ich sage, wer zuerst durch den Sniper down geht, hat verloren. Raketen hat immer noch keiner, ne? Doch, ich habe einen, der wird noch gesammelt. Die kannst du jetzt reden. Der ist aber nur vom Haus. Deswegen. Ja, ich habe noch eine normale Granaten dabei. Ja, sind davon auf der Straße. Da noch. Ja, weil da drin war nicht nur ein Raketenwerfer. Da auch. Hat einen links, hat links eine Hit, aber Achtung, die Sniper, ich versuche zur Ruine zu kommen. Ich versuche zur Ruine zu kommen. Oh, mein Gott, ey. Pass auf, Sascha. Ich weiß. Als wenn. Achtung. Ja, ich treffe gar nichts, ich gehe zur Ruine. Du musst weg, du musst weg. Yo. Ich treffe mich genau. Ah, die sind gut. Rechts hat einer, Shield, Frake, Snipe, Hit. Der, ich bin hoch. Ach man. Ja, ich habe auch keine Damage. Nein, ich bin nocked. Jungs, einer kommt links hier. Ab einmal. Hinter euch. Sascha hinter dir. Was machten die alle? Ja, wenn die von beiden Snipe kommen. Ja, das ist Quatsch. Möchtest du in Ruhe, okay? War ganz lieb zu dir. Also eigentlich nicht, aber... Ach man, zweieinhalb getötet. Zweieinhalb... Die Leute, ihr wart alle down, was macht ihr? War nicht Flashy Factory der erste Wort? Ja, trotzdem habe ich es nicht gecheckt, weil ich gerade andere Probleme hatte. Ja, okay. Und dann lassen sie ihn ja einer aushalten, nur Bots und da ist er in Ruhe. Ich gehe zur Hundehütte. Nee, ich schieb du. Halbe Höhe. Ich habe schon geankert. Gegner vor mir. Kommt jemand, Max? Du bist schon draußen. Äh, Crack. Okay. Easy. Ja, mit deinem Blitz zu kämpfen hast du auch Lust. Lass mir bitte die Bar. Aaaah! Ja, okay. Mag das nicht, wenn jemand meinen Mobs, äh, meine, wie heißen die Dinger, Items-Mobs. Der lag halt frei rum. Ja, aber ich... Mann! Oh, sorry. Bei mir sind drei Leute. Also bei mir sind drei Leute. Tue ich trotzdem nichts mit dieser Scheiß-Sniper. Und ich hatte drei Pumps in dem Winter. Mann! Kack-Sniper! Äh, hier ist noch ein Biggie. Hallo! Ich werde von drei Leuten gepusht. Hilfe! Habe ein! Warte, Max. Komm! Warte, ich versuche hier vorne auf die Mitte zu kommen. Scheiß auf den Biggie. Schau, ich brauche Hilfe. Aber der sagt ja wieder nichts. Tot! Oh, Max hinter dir! Na, er kommt nicht. Schön. Wo ist der andere? Von Scheiß noch mit. Na, hinter uns! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der wird mich so finishen. Wo denn? Der, der. Ja, man kann auch markieren. Schau, ich sag mal voll vergessen. Ja, danke Jungs. Stark, Max. Ne, warte mal, das ist Scheiß, der hat nicht markiert. Sascha wenigstens nachher dran gedacht. Geh mal hin. Da, wo scheiß ich. Niklas, Abend. Niklas ist auch immer noch der einzige Typ, der nicht weiß, wie Ola geschrieben wird. Wie schreibt denn der Ola? Na, ohne Haar. Warte mal scharf. Ah, gut. Wird safe Kulturen geben, wo das auch ohne geschrieben wird. Oder irgendwelche Regionen. Aber keine Ahnung. Also ich kenne Ola jetzt mal. Boah, hier! Geht noch oder was? Ja. Die gehen im Berg hoch, einer. Ja, einer ist schon am Fluss gerade. 30. Ja, ich versuche noch, nicht anzusnicken. Ich bin bisschen weg. Einer ist hier vorne am Berg. Oh mein Gott, Digga. Also ich kreff' auch so. Pahlenkreuzes kommt nur drauf, nicht einen Schuss connected. Wie vieler? Wie vieler? Drei, glaube ich. Ach, Digga, hier ist eine Schaffe da. Ah, ich sehe sie. Also ich sehe einen. Der, die kommt immer, der schlägt zurück. Der, was ne Scheiße. Hä, aber hier sind so viele Sounds. Von da oben auf dem Berg. Ja, aber ich seh' ihn nicht. Hab' doch einen, seh' ich. Hä? Internet, hallo. Ein HP, dead. Hab' einen. Alle tot oder wie? Ein Geschirr. Mann, ich krieg' wieder nichts von meinem Loot. Ihr Scheißgeier, deswegen belebe ich euch einfach nicht mehr. Was brauchst du denn? Ne Sniper. Komm, ich probier' jetzt auch mal Doppelkampf. Hier unten liegt auch noch Loot. Digga, hier liegt überall Loot. Ist hier Ostern oder was? Gegner vor mir. Ja, armer Kerl. Schade. Deine Nets? Eure Nets? Ne. 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 Ja, wenn du den Fasch mit drücken, dann siehst du es. Na, dann musst du doch einfach nur R1 drücken. Ja, das auch. Achso, guck mal. Hä, guck mal, wir haben richtig gut Kills gemacht. 18 Stück. Geht doch voll in Ordnung.